Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1LF Talk Radio, die Mittwochnacht-Ausgabe, eine freie Themen-Ausgabe, also unsere Sendung ist offen für alle eure Themen, für alle eure Anrufe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei uns unter unserer bekannten kostenfreien Nummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian.wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Renate und Renate ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Das klingt nicht nach Renate, sondern nach einem Faxgerät. Ja, ich glaube, das wird wohl nichts. Hallo, hallo, hallo. Nee. Dann werden wir mal hier rausgehen und wir, das klang wirklich wie ein Faxgerät, so ein Zwitschern. Und wir machen dann weiter mit dem Ecki. Ecki ist 57. Ich hoffe, er ist es jetzt auch. Hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ein wahrhaftiger Mensch. Jawohl. Nee, es geht um folgende Problematik. Ich war Darmkrebspatient und habe also den Enddarm entfernt bekommen, also vom Schließmuskel abgetrennt und dann so circa 20, 30 Zentimeter weg und dann wieder runtergezogen und angenäht. Wann hast du die Diagnose bekommen? Die Diagnose hatte ich im Dezember vorletzten Jahres bekommen. Vorletzten Jahres? Ja, und war dann am 3. Januar letzten Jahres schon in der Klinik in Hohlweide. In Köln? Ja, hier in Köln. Da haben die dann den Tumor entfernt, haben den ins Labor geschickt und die sagten, er sei nicht aggressiv. Daraufhin bin ich dann, habe ich geweint, als bin ich nach Hause und war irgendwie total glücklich. Klar, freut man sich. Ja, und ich musste aber dann zur Nachuntersuchung und ich war in England und hatte schon gespürt, dass da was nicht in Ordnung war. Bin dann am Anfang Juni zur Nachuntersuchung gegangen und da konnte ich auf dem Monitor auch beobachten, weil bei der Enduntersuchung braucht man keine Betäubung. Und da habe ich dann gesehen, dass die Narbe selber sehr gut verheilt war, aber am Rand der Narbe war ein Krater und dieses Kratergewebe war das Krebsgewebe. Dann bin ich am 24. Juli wieder in die Klinik zur Voruntersuchung, weil wenn man so eine OP bekommt, müssen die anderen Organe ja alle funktionieren. Am 30. Juli habe ich die OP gehabt und da dieser Enddarmbereich mit sehr vielen Nerven versehen ist, die jetzt eben auch das Urinieren programmieren, also die Leitung dazu legen und eben auch die Potenz und die Samenproduktion und die Trägerflüssigkeitsproduktion, die sind alle flachgehörig, die gibt es nicht mehr, das ist alles nicht vorhanden. Und die einzige Möglichkeit, jetzt eine Durchblutung zu bekommen, wäre mit einer Art von Viagra-Tablette, die in die Harnröhre injiziert wird. Moment mal, eins zu einem anderen. Das heißt, diese Impotenz, die ist bis heute bei dir vorhanden. Ja, ja. Lass mich, bevor wir auf die Impotenz noch weiter zu sprechen kommen, noch ein paar Fragen zu der Darmkrebserkrankung stellen. Hast du einen künstlichen Ausgang? Ich habe drei Monate lang einen künstlichen Ausgang gehabt. Bei mir ist es eine relative Früherkennung gewesen. Und ist jetzt wieder zurückgelegt worden. Ich habe meinen Schließmuskel halten können. Naja, Gott sei Dank. Bei vielen Leuten, die sagten auch nur ein paar Monate später, dann wäre der Schließmuskel auch weg gewesen. Und dann hätte ich den Stoma-Beutel für den Rest meines Lebens tragen müssen. Das ist natürlich ein großes Glück, wenn das jetzt wieder sich normalisiert hat. Deswegen wünsche ich mir auch, dass so mancher deiner Hörer, die so in meinem Alter sind, unbedingt eine Krebsvorsorge machen, weil eine frühzeitige Erkennung heißt, dass man seinen Enddarm behalten kann. Ja. Wie ist man denn bei dir darauf gekommen, dass du Darmkrebs hast? Es fing damit an, weil ich ja schon mittleren Alters bin und ich hatte eine längere Zeit Durchfall. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich mir gedacht, lass mal eine Magen- und Darmuntersuchung machen, eine Spiegelung. Und habe dann auch Magen- und Darmspiegelung bekommen. Und bei der Darmspiegelung war dann sofort Bingo. Das heißt, du hast es vorher auch nicht gemacht, so rein zur Prophylaxe, sondern erst nachdem die Erkrankung sich bemerkbar gemacht hat. Ja, also sie hat sich eben dadurch bemerkbar gemacht, dass ich über längere Zeit Durchfall hatte. Aber ich hatte keinen Verdacht. Ich hatte nur irgendwie geglaubt, was kann denn da sein. Und meinte zum Arzt, jetzt müssen wir da mal irgendwie nachgucken. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann war da leider Krebsgewebe von der Sicht der Ersten. Und im Krankenhaus war es leider Sachen, die nicht aggressiv, aber dann im Ende ist es dann nicht. Also du hast natürlich völlig recht. Man hört es ja immer wieder und überall wird darauf hingewiesen, dass man ab einem bestimmten Alter, so ab Ende 40, das unbedingt machen sollte. Das ist zwar dann vielleicht einmal etwas unangenehm, aber man hat dann ja auch zehn Jahre Ruhe. Es ist wirklich nicht unangenehm. Naja, ich habe es auch machen lassen, so ganz schön ist es nicht. Die Flüssigkeit, die man trinkt, um den Darm zu entleeren, das ist schon... Ja, aber es ist natürlich gar kein Vergleich dazu, was man hinterher mitmacht, wenn man wirklich eine Erkrankung hat. Ja, und vor allen Dingen, wenn der Schließmuskel verschwindet. So, genau. Und man wird zugenäht und man muss diesen Stoma-Beutel für immer tragen. Drei Monate war schon sehr anstrengend. Ist denn der Krebs jetzt im Moment im Griff bei dir? Ja, ich war jetzt am 3. Januar zur Nachuntersuchung und da war kein Krebsgewebe zu finden. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Glückwut. So, jetzt aber zu der Potenzschwierigkeit. Das heißt, du hast im Moment überhaupt gar keine Lust. Lust schon, aber du kannst nicht. Nee, aber es ist so, wenn ich jetzt masturbiere, dann ist das Zucken eines Orgasmus vorhanden. Ja, aber es kommt nicht zu einer Erektion. Nee, nichts. Keine Erektion und eben auch keine Samen- oder Trägerflüssigkeit. Jetzt hast du gerade so eine Andeutung gemacht. Es gibt eine Art Viagra. Richtig, die heißt MUSE, M-U-S-E oder MUSE. Was ist das? Das ist wie eine Spritze, die aus Plastik besteht. Die wird in die Harnröhre eingeführt. Das geht bis unterhalb der Eichel. Und dann drückt man die Pille da rein, reibt den Penis und dann nach kurzer Zeit hat man dann eine Erektion. Ach, das habe ich auch noch nicht gehört. Und es ist ja auch so... Hast du es denn schon ausprobiert? Ja, nee, ich habe sie jetzt mir geholt heute. Also ich werde es jetzt morgen mit meiner Freundin mal ausprobieren. Hätten wir vielleicht lieber morgen telefonieren sollen, damit du uns die Erfolge schildern kannst. Ja, also ich denke schon, dass das funktionieren wird. Es ist vom Urologen verschrieben. Ja, sicher, vom Urologen. Du hast eine Freundin, sagst du? Ja, ja. Und wie ist die nun bisher, wie lange hast du die Freundin schon? Also jetzt schon viele Jahre. Viele Jahre. Wie ist die denn in der letzten Zeit dann damit umgegangen, dass das... Ja, das nicht so funktioniert. Also irgendwann kann man so aus Spaß die Drohung, ich werde den Arzt verklagen. Ich sage, nee, bleib mal ruhig. Das ist wirklich so ein Bestandteil der OP. Das hat man dir vorher auch so gesagt. Ja, ja. Also man hat mich nicht richtig korrekt informiert. Man hat so irgendwie ganz locker gesagt, ja kann sein, dass es Potenzprobleme geben wird. Also nicht wirklich so ernsthaft, wie es letztendlich war. Aber ich denke mal, das machen die, um einen ruhig zu halten. Die Prostata ist doch bei der Operation nicht irgendwie mit... Nein, meine Prostata ist im perfekten Zustand. Der Urologer hat die noch geprüft und meine Nieren und alles ist im perfekten Zustand. Ja. Es ist einfach nur, dass der Nervenstrang, der vom Gehirn mit diesen wichtigen Teilen da unten verbunden ist, der ist unterbrochen. Wie habt ihr denn dann eure Sexualität gelebt in der letzten Zeit? Ja, einfach nur so mit Hilfsmitteln. Also mit dem Vibrator, mit Hand und Mund und das geht ja auch nicht. Aber das heißt, so mental warst du schon dabei. Es ging wirklich dann locker nicht. Ich habe immer noch das Verlangen und es ist einfach so, dass es eben nicht funktioniert, weil es wird morgen wahrscheinlich funktionieren mit dieser Pille. Was kostet denn so eine Pille? 21 Euro. 21 Euro. Ja. Und diese Pille wird dann, so habe ich es gerade verstanden, durch so eine Art kleine Spritze in die Harnröhre hineingedrückt. Richtig, das ist so keine... Eine Kanüle. Keine Mental, das ist ein Applikator, nennt man das. Ach so. Und dann, also das tut dann auch nicht weh, wenn man das da einführt? Nee, nee, vor allen Dingen, wenn man mal einen Harnkatheter liegen gehabt hat. Dann ist man anders gewöhnt, das glaube ich auch. Und die löst sich dann in der Harnröhre auf, diese Pille, und dann geht es los. Und dann geht die durch Blut. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie bei einer Viagra, nur die Viagra, das geht dann über das Nervensystem dahin. Und hier geht es direkt dann so vor Ort. Und hier geht es dann direkt vor Ort. Interessant. Interessant. Also wenn das eine Möglichkeit ist, natürlich Leuten, die so eine Erkrankung hinter sich haben, wie du es hast, zu helfen, ist das natürlich eine tolle Sache. Ja. Ja, ich meine, was mich eigentlich auch interessieren würde, ist, ob irgendeiner deiner Zuhörer ein ähnliches Problem hat. Ob der schon mal eine Darmoperation gehabt hat und wie er damit umgegangen ist oder ob da eine Möglichkeit bestanden hat, dass es wiedergekommen war. Okay. Also wenn jemand sich jetzt angesprochen fühlt, dann möge uns bitte mailen an domian.w.a.de. Wir schicken das an dich weiter. Ja. Du kannst mich wegen der E-Mail-Adresse von mir nochmal anrufen. Ja, ja, das machen wir. Das ist gar kein Problem. Da wünsche ich erstmal auf jeden Fall weiterhin gute Besserung, dass der Krebs nicht irgendwie nochmal auftaucht. Wir wollen es, weiß Gott, nicht hoffen. Und vor allen Dingen morgen eine schöne Nacht. Ja, bitte liebe Leute mittleren Alters, lasst euch untersuchen. Ja, bitte macht es. Man kann genauso glücklich sein, wie ich es jetzt bin, denn mein Leben ist gerettet und ich habe einige Zeit gewonnen. Und wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre es alles viel schwieriger geworden. Ja. Ja, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, wünsche ich dir auch, Erki. Vielen Dank und alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr mich hierher erreichen wollt, kostenfrei, dann müsst ihr die Nummer wählen oder ihr mailt uns unter domian.wdr.de. Wir haben heute eine freie Nacht, eine freie Themennacht. Wenn ihr also mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch. Jetzt sehe ich hier den neuen Versuch mit unserer Renate von gerade. Hallo Renate. Ja, hallo Domian. Da bist du ja, hast du irgendwas umgeschaltet am Telefon vorhin oder wie kamst du? Nein, ich habe einen Fax, das mir gelegentlich einfach das Telefongespräch entreißt. Ah, so einen Fax hast du. Ich kann das nicht erklären, warum das so ist. Das ärgert mich jedes Mal fürchterlich und das kommt alle halbe Jahr vor. Gut, auf jeden Fall jetzt haben wir dich und ich freue mich. Ja. Und um was geht es, Renate? Ja, und zwar hatte ich schon vorgestern angerufen während der Sendung, weil da so ein Mensch war so ein Barfuß-Fetischist, der auf Frauen steht, die barfuß laufen. Ja, ein netter Anrufer aus Bayern. Genau. Der auf nackte Füße, nackte gepflegte Füße von Frauen, die aber eine schmutzige Fußsohle haben. Ja, genau. Darauf stand er, versteht ihr? Ja, das fand ich insofern spannend, weil ich gehöre genau zu diesen Frauen, die furchtbar gerne barfuß laufen. Aha. Ja, einfach barfuß durchs Leben gehen. So am liebsten immer und überall? Am liebsten immer und überall und zu jeder Jahreszeit. Ach, warum? Ja, weil... Das ist doch kalt und man kriegt doch kalt Füße, sagen wir hier in Köln. Ja, also das ist so. Ich tue das auch nicht immer. Also jetzt, ich bin noch nicht so weit, sag ich mal, dass ich das wirklich jederzeit tun kann und im Winter jetzt stundenlang durch den Wald laufen oder so. Ja. Aber ich weiß, dass es solche Menschen gibt. Ich habe es mal im Fernsehen gesehen. Ja. Ja, ich wohne in Hamburg. Ich meine, grundsätzlich ist das nackt Fußlaufen, das Barfußlaufen ja auch sehr gesund. Genau. Wenn es nicht zu kalt ist natürlich. Aber nochmal die Frage, warum? Was gefällt dir denn da so gut dran für dich? Hat das was Erotisches, was Sexuelles? Nein, es hat für mich also in erster Linie was Sinnliches. Was Sinnliches? Ja, sexuell würde ich das jetzt nicht sagen, wobei... Wo fängt es an? Ähm, ja, also... Also, okay. Ich hatte mal einen Freund, der dann zu mir gesagt hat, also ich mag Füße auch. Ich habe auch eine Ausbildung in Fußreflexzoon-Therapie. Aha. Also, ich mache das auch beruflich, aber das trenne ich natürlich jetzt vom Privaten. Auf jeden Fall. Darf ich mir fragen, in welcher Gegend du wohnst? Äh, in Hamburg. In Hamburg. Ich denke nämlich gerade, euch zu verkuppeln. Er wohnt in Bayern. Ihr werdet ja ein Traumpaar. Ihr werdet ja nur noch über die Füße am Erzählen. Ja, also ich habe schon einen Freund. Du hast einen Freund? Ja. Schade auch, schade auch. Ja, aber es ist, ähm... Also, es hat eine sinnliche Komponente. Ja. Nichts direkt Sexuelles, aber Sinnliches. Genau, in erster Linie hat es etwas sehr, sehr Sinnliches. Das heißt, ähm... Also, ich möchte es mal so sagen. Ich ertaste die Erde oder die Welt mit den Füßen. Ja. Also, normalerweise tasten wir ja alles mit den Händen an. Ja. Und die Füße sind einfach etwas, womit wir unsere sinnliche Wahrnehmung ganz doll erweitern können. Ja, weil die ja in der Regel sind ja abgeschirmt durch die Schuhe, durch dicke Sohlen und so. Und dann kriegt man das gar nicht mehr. Also, ich vergleiche das immer so ein bisschen so, wie wenn man im Auto durch eine schöne Landschaft fährt, also im normalen geschlossenen Wagen, dann sieht man alles durch die Glasscheibe. Und, äh, das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt, äh, also stattdessen im Cabrio durch die Landschaft fährt. Natürlich, ja. Du hast gerade gesagt, dass du es noch nicht so richtig intensiv machst, äh, sondern es ist eigentlich so, äh, mir fällt gerade ein. Ich würde gerne, ich würde das gerne mal an dieser Stelle fragen, meine Zuschauer und Zuhörer fragen, ähm, wer von euch praktiziert denn das schon sehr, ja, sehr intensiv und sehr, sehr oft, nämlich mit nackten Füßen durch die Welt zu gehen, vielleicht sogar fast auf ganz, ganz auf Schuhe zu verzichten? Wenn es jetzt unter den Zuschauern und Zuhörern heute Nacht welche gibt, ruft ganz einfach an unter 0, äh, 0800 220 50 50. Wie, wie hast du es denn schon, ähm, praktiziert, Renate, zum Beispiel letzten Sommer? Bist du da lange und viel oft in Hamburg ohne Schuhe gegangen? Ähm, nein. Also, ab und zu mache ich das, auch wirklich in der Stadt, auch, also auf Asphalt und, und, und so. Ähm, ich sag mal, in erster Linie mache ich es allerdings auch im Urlaub. Aber, gerade in der Stadt, man, man kann doch in, 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 äh, Scherben treten, man kann in Hundekacke treten. Und was es da so alles so gibt, und das, 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 äh, schreckt dich nicht ab. Das ist dann auch eine sinnliche Erfahrung. Na, also, auf die könnte ich verzichten, auf die sind nicht so angenehm, Art. Nein, äh, also es ist schon so, man muss natürlich schon ein bisschen gucken, wo man hintritt, aber das muss man ja letztlich auch, wenn man Schuhe anhat. Und die Gefahr, dass man jetzt wirklich in eine Glasfärbe tritt, ist, in, in bestimmten Gegenden ist sich vielleicht schon gegeben, aber da muss man dann einfach mal aufpassen, sag ich mal. Ja. Also, wenn man auf dem Land lebt, ist es vielleicht noch was anderes. Im Urlaub, hast du gesagt, wenn man viel am Strand ist, oder? Ja. Also, ich selbst wohne, äh, ziemlich am Wald. Mhm. Und, ähm, im Grunde bin ich noch ein bisschen feige. Also, ich, ich laufe viel, ich, ich jogge oder ich walke auch. Mhm. Und, ähm, ja, ich mach das manchmal so ganz früh morgens, und dann, äh, zieh ich mir die Schuhe erst im Wald aus, und dann, so nach dem Motto, hoffentlich wütend sich keiner. Also schämst du dich da noch ein bisschen? Was ja, was ja gar nicht schlimm ist. Äh, muss man sich ja nicht schämen. Nee, aber weil ich wohne in so einer konservativen Ecke, und dann denke ich immer, denn... So schlimm wird es nicht sein, was die erzählen dann. Wie ist denn das bei dir? Äh, ähm, wäschst du die Füße dann auch danach, oder läufst du zu Hause auch mit den dreckigen Füßen rum? Ja, also erstmal laufe ich da so mit rum, aber ich meine so, wenn die dann sehr dreckig sind und ich abends ins Bett gehe, dann wasche ich sie natürlich schon. Dann wasche ich sie schon. Aber erstmal, erstmal normalerweise nicht. Ich sag mal, ich hab ne Katze, die wäscht sich ja auch nicht die Pfoten, wenn sie reinkommt, ne? Ne, die leckt sich vielleicht hier vor, ich weiß nicht, also... Na, ich weiß nicht. Ähm, so, der Anrufer vorgestern, für den war das ja was Sexuelles. Ja. Der hatte ja die Fantasie dann, er hat es ja dann auch so erklärt, ein bisschen, dass es in die Sexualität stark mit eingebunden wird. Diese nackten, äh, äh, etwas beschmutzten Füße. Ja. Wäre das für dich auch denkbar? Äh, ja, also jetzt nicht mit verschmutzten Füßen, das jetzt nicht unbedingt, aber sagen wir mal so, ich finde es schon auch sehr schön, wenn, also mein Partner schöne Füße hat. Oder Füße, die ich einfach leiden mag, so schön ist ja immer relativ. Und, äh... Also du interessierst dich nicht nur für deine Füße, sondern auch für andere? Ja, es kann mich auch sehr, ja, also auch andere Füße, also ich finde Füße einfach auch schön. Ich habe einfach auch eine Beziehung zu Füßen, ich kann das jetzt gar nicht so erklären. Also, ich mag auch gerne Füße massieren und so weiter, aber mein Traum ist eigentlich so, mal richtig zu wandern, barfuß. Ganz lange, ja, also ich bin gespannt, ob heute Nacht jetzt noch jemand anruft, der diesen Traum vielleicht schon gelebt hat und der vielleicht ein paar Schritte weiter ist als du. Ja. Du solltest dranbleiben und zuhören. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Tipp noch von einem Profi bekommen, einem Nacktfüßler. Ja. Der hier bei uns anruft. Fände ich sehr schön. Also ich würde gerne auch mit anderen Leuten, ähm, ja, einfach durchs Leben wandern oder... Ja. Ohne Schuhe. ...über die Alpen oder nein, das muss ich gleich so extrem sagen. Nee, wir wollen ja, wir wollen ja klein anfangen. Ja, genau. Liebe Renate, das war interessant mit dir. Und, äh, wie gesagt, wir sind jetzt gespannt, ob da noch was kommt von unseren Zuschauern. Äh, wer von euch mag es gerne mit nackten Füßen rumlaufen? Ja, und ich möchte noch so eine Art Aufruf starten. Also es ist wirklich, man fühlt sich wie neu geboren, auch wenn man gerade, wenn es denn mal endlich wieder schneit, äh, durch den Schnee, nur ein paar Minuten durch den Schnee geht. Aber Vorsicht, ne, man hat auch leicht eine Erkältung. Ja, wenn man es nur nicht zu lange macht und dann hinterher gibt es ein superschönes, warmes, prickelndes Gefühl an den Füßen. Na schön. Also... Dafür braucht man erstmal Schnee, den haben wir auch noch nicht, aber kann ja noch kommen. Liebe Renate, danke für deinen Anrufen, alles Gute. Ja, ich danke auch. Tschüss. Kriege ich auch ein Autogramm. Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, super, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Klaus ist hier, Klaus ist, äh, 59, guten Morgen, Klaus. Ja, 61 bin ich. 61? Ja. Dann bitte ich, das zu entschuldigen. Das macht nix. Lieber Klaus, um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes, ich bin, äh, seit 30 Jahren verheiratet. Ja. Und meine Frau, die ist, äh, ganz lieb, ist ganz nett, aber sie geht immer fremd, egal mit wem, welcher Mann, mit welchem Alter oder egal, wie er aussieht. Stopp mal, bitte schalt den Ton von deinem Fernseher ganz weg. Ja, okay, mach ich. Moment. Das solltet ihr ja immer tun, wenn ihr anruft, den Ton wegschalten. So, ja. Ja. Besser? Ja, viel besser, viel besser. Wie, du bist 30 Jahre verheiratet und deine Frau geht immer fremd? Ja. Wie, seit 30 Jahren geht die Frau fremd? Ja, genau. Die, äh, da ist nie ein Vertrauen da gewesen bei uns. Die hat also, äh, sobald ich aus dem Haus bin und es kommt irgendjemand, wo sie berührt oder wo sie, wo Komplimente macht und dann lässt sich mit dem Mann ein. Egal, wie alt er ist, egal, wie er aussieht. Ist ja unfassbar. Und das, das weißt du. Ja, ich hab das nachher rausbekommen. Nach wie vielen Jahren, ehe, hast du's rausgekriegt? Das war schon nur zwei, drei Jahre. Nach zwei, drei Jahren? Schon am Anfang war das schon passiert. Und, äh, dann hat sie geweint und hat, äh, gesagt, sie macht's nie mehr. Ich hab ja immer Verzieher. Ich war damals auch, äh, praktisch in dieser Verfassung, dass ich, äh, vier kleine, also im Nachhinein vier kleine Kinder hatte, eine Tante, wo gepflegt werden muss. Und konnte gar nicht anders, als die Frau weiter zu behalten. Also ihr beide... Wenn ich da reingewiesen wäre, wäre ich nicht daher geblieben. Ach so. Also ihr beide habt zusammen vier Kinder? Ja. Äh, hast du eine Vorstellung, wie oft deine Frau dir schon fremdgegangen ist? Ich schätze mal, dass das, äh, das kann man gar nicht mehr zählen. Das ist bestimmt schon, äh, mit über 50 verschiedenen Männern. Wahrscheinlich mehr, wenn, wenn du sagst, wenn das seit 30 Jahren so geht. Ja. Dann ist das ja wahrscheinlich eine irre hohe Zahl, die wir uns gar nicht so ausmalen können. Genau so ist es, ja. Und jetzt, wie alt, sie ist jetzt auch in deinem Alter, deine Frau? Die Frau ist zwölf Jahre jünger wie ich. Die ist zwölf Jahre jünger als du? Ja. Und das läuft jetzt immer noch so? Ja, äh, ich war jetzt, ich muss jetzt sagen, ich war jetzt, ich bin auch krank. Äh, der erste Anrufer heute, der hat so eine ähnliche Krankheit wie ich. Ja, Darmkrebs? Ja, vor anderthalb Jahren wurde bei mir Prostata-Krebs festgestellt, wurde entfernt. Und, äh, da wurde auch die Lymphglote mit rausgemacht und die Nervenstränge wurde auch durchtrennt, sodass die, äh, Potenz auch ziemlich weg ist. Naja, das ist natürlich bei Prostata-Operationen noch viel schlimmer vermutlich als bei. Naja, und, äh, dadurch natürlich, äh, sie war dann mitgefahren in die Klinik. Äh, sie war vier Tage, fünf Tage bei mir, hat mir schwer zugestanden. Und dann, wie man heimkamen, und dann war so zwei Monate gegangen. Und dann hat sie, äh, hier sich mit dem benachbarten Bauernhof, da ist ein, äh, Pole, äh, wo da, äh, wie sagt man da, Dienst macht. Mhm. Und mit dem hat sie sich dann eingelassen. Wenn ich dann aus dem Haus war, hat sie den mit ins Schlafzimmer geholt. Das sind aber immer nur so Sexsachen? Oder hat die sich auch verliebt in andere Länder? Nein, nur mit Sex. Nur Sex, immer Sex. Sex, ja. Auch in den Zeiten, wo es dir gut ging und wo, äh, wo du sexuell auch aktiv warst? Äh, äh, sie hat das also, äh, anfangs, äh, hatte ich gedacht, es ist nur, wenn sie Alkohol getrunken hat. Aber sie hat es auch immer gemacht, äh, sie hat es auch gemacht, wenn sie nüchtern war. Aber was, was ist das für ein Gefühl für dich als, als, als Ehemann? Furchtbar. Wenn du dein ganzes Leben lang von der Frau betrogen und, äh, ja, belogen, hat sie sich dann auch immer verloren? Belogen auch, ja. Ja. Das ist ja, das gehört dann dazu. Genau. Und du hast es dann immer nur irgendwie mal wieder rausgekriegt. Und wahrscheinlich gibt es nur eine große Dunkelziffer. Genau so ist es. Sie hat es dann auch, wenn sie nicht mehr anders konnten, hat es es zugegeben im Nachhinein. Ja, wie fühlst du dich dabei? Wenn man 30 Jahre so... Ganz schlecht. Äh, ich hab also, äh, ich war ja nach dieser Operation ja auch in der Reha-Klinik und da haben wir, äh, Vorträge über Krebs, äh, uns angehört. Und, äh, wenn man dann sowas durchmacht, dann hat man natürlich einen Krebs, ne? Aber Klaus, äh, da stellt sich doch wirklich die Frage, okay, ganz damals am Anfang, sagst du was, du warst hier angewiesen wegen der Pflege und wegen der vier Kinder. Aber irgendwann waren die Kinder, äh, äh, groß. Genau, die waren dann, äh... Warum bist du dann nicht gegangen? Ja, es ist so, das Haus, das ist ein Bauernhaus, den hab ich gehabt, äh, vom Onkel. Und das Haus, das ist praktisch, äh, mein Abstieg, ich will das Haus nicht verlassen. Die Frau, die kam ja zu mir, äh, die hat ihr praktisch nichts mitgebracht, ne? Ja, so, und ich hatte die Frau, die war auch schon mal, äh, 14 Tage, drei Wochen weg bei ihrer Ältere. Mhm. Und jetzt, wo, wo das passiert war letztes Jahr, vor einem Jahr ungefähr war das, und da hatte ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, die Kinder sind jetzt alle erwachsen. Mhm. Äh, äh, ich hab ihr vorher schon, weil ich das vermutet hab, da hab ich gesagt, wenn du das, äh, machst dir, und dann gehst du weg, dann gehst du hin und wurde hergekommen. Ja, du jagst sie vom Hof. Ja. Warum kustest du es nicht? Ja, das ist, äh, auf der einen Seite so, äh, ich bin jetzt, äh, ich bin, äh, praktisch schon fast, äh, dass ich nunmehr allein, äh, das Recht komme. Klaus, das im Moment verstehe ich, aber warum hast du sie nicht vor zehn Jahren vom Hof gejagt? Das hatte ich gemacht, aber die Kinder, die hängen an ihr. Sie hat die Kinder, äh, anständig als Hof, sie hat die Kinder verwöhnt. Wissen die, die Kinder sind erwachsene Leute, die Kinder wissen die, was da abgegangen ist bei euch? Die wissen es jetzt, die wussten es damals nicht, da waren sie, da konnte ich denen das nicht sagen, da waren die Kinder vielleicht zwölf, vierzehn und so, und das. Also du hast wahrscheinlich den Zeitpunkt verpasst, wo du sie hättest loswerden können. Ja gut, es war ja auch Zeiten dazwischen, da war sie vielleicht mal ein Halbjahr oder ein Jahr war sie treu. Ja, aber was ist das denn für ein Argument? Ja. Das ist überhaupt kein Argument. Ich hast da also... Nun ist es, wie es ist, die Vergangenheit kann man nicht verändern. Nee. Du bist ein kranker Mann mittlerweile. Ja. Kümmer, ist sie denn sonst wenigstens freundlich und nett zu dir? Ja. Das schon. Ja, sie macht alles. Sie legt mir die Sache raus, verwöhnt eine überall. Sie ist keine Arbeit zu viel. Sie macht alles, was man von ihr verlangt. Ist sie zärtlich zu dir? Das ist sie immer nicht. Sie sagt, sie kann jetzt damit nicht umgehen, dass ich jetzt hier praktisch Hilfsmittel muss anwenden, damit das Sex funktioniert. Damit kann sie nicht umgehen? Damit kann sie nur nicht umgehen. Das heißt, sie will das auch gar nicht. Du hast das noch gar nicht ausprobiert mit Hilfsmitteln bei ihr? Doch, ich habe schon, aber ich merke, dass ihr das irgendwie zuwider ist. So, wie stellst du dir jetzt dein weiteres Leben vor mit dieser Frau? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nochmal einen Tumor, wo die Prostata war. Das wird zur Zeit bestrahlt. Und dann habe ich noch eine Darmkrankheit dabei. Das nennt man Mulculitis ulcerosa. Da wird der Darm rot und sondert Eider ab. Und dann hat man Blut im Stuhl, ein weißer Stuhl und muss dann 10, 15 Mal am Tag auf die Toilette gehen. Das heißt, du bist ein kranker Mann. Ja, genau. Da ist natürlich eine Trennung eigentlich gar nicht möglich, weil es dich dann noch mehr anschlagen würde. Ja, genau. Das ist die Frage, wie du dich, ich meine, du hast dich jetzt 30 Jahre arrangiert. Kannst du dich jetzt nicht auch irgendwie mit ihr arrangieren? Da ist halt das Thema Sex, ist halt gegessen zwischen euch beiden. Ja, aber dann, das würde ich ja auch akzeptieren. Aber es ist kein Vertrauen da. Ich weiß nie, ob sie mich belügt oder ob sie die Wahrheit sagt. Dann sag dir doch ganz einfach, ich meine, ich weiß ja nicht, wie offen ihr redet miteinander. Dann sag dir doch ganz einfach, du weißt ja sowieso, was all die Jahre gelaufen ist. Gib mir doch einfach eine Freiheit. Hab ich ja, hab ich ja. Und dann würdest du sagen, was sie macht und du weißt es und dann ist gut. Ja, das kann sie aber nicht. Ich kann, wenn ich mit, das ist immer schon so, sie sitzt dann da, wenn ich mit ihr rede, guckt an die Wand und gibt einem keine Antwort. Und der andere Tag macht es, als wenn nichts gewesen wäre. Achso. Ich muss also dazu sagen, die Frau, die ist von ihrem Vater früher missbraucht worden. Na gut, das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte dann. Ja, ja. Aber Klaus, gut, wir müssen jetzt mal überlegen, du hast nicht die Kraft für große Aktionen. Nein, jetzt nicht mehr. Wäre es denn für dich möglich, dann einfach zu sagen, okay, dann sagt sie es mir halt nicht. Und dann kannst du nicht einfach so eine Haltung einnehmen, dass es dir dann auch egal ist, was sie macht? Das habe ich ja auch teilweise gemacht. Nur dann ist das so, dass die anderen Leute, ich habe also auch ein, ich sage mal, ich habe so ein Gedrängemarkt, es kommen viele Leute her. Aber der Ruf ist doch sowieso bei euch wahrscheinlich längst ruiniert, glaube ich, in eurer Geburt. Der Ruf ist ruiniert, der hat sich wieder hergestellt und wurde jetzt durch die letzte Affäre, war es im ganzen Ort wieder bekannt. Und das ist natürlich das, was mich kaputt macht. Verstehe. Ist das ein kleiner Ort? Ja, ich merke also auch die Blicke, wenn ich irgendwo hingehe, dann merke ich schon an der Blicke, die lachen mich aus oder die hatte mal was mit meiner Frau oder so. Das kann ich praktisch spüren. Und es ist so, ich habe ja auch zu ihr gesagt, ich habe also das vermieden, mit ihr wegzugehen. Zeitweise war ich immer nur allein weg oder sie allein weg, wenn ich das Gefühl habe, die lachen mich auszulegen. Du bist richtig in einer Zwickmühle. Genau. Was du auch tust und überlegst, irgendwie alles geht nicht. Alles ist irgendwie schlecht. So ist es. Und es einfach weiterlaufen zu lassen, ist auch schlecht. Ja, ja. Weil du dich schämst. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Einzige letztendlich, was dir übrig bleibt, dass du versuchen musst, irgendwie in dir ein dickes Fell anzueignen. Denn die Leute wissen das doch, auch wenn es zwischendurch mal wieder ein bisschen besser war. Wenn du in einem kleinen Ort wohnst, ist das doch seit Jahrzehnten Stadt und Orts bekannt, was deine Frau gemacht hat. Ja. Das ist jetzt auch keine große Neuigkeit, wenn sie jetzt schon wieder mit dem Polen anfängt, was sie gerade erzählt hat. Ja, sie hat ja auch mit dem, wo der Pole arbeitet, mit dem Chef praktisch von ihm hat sie auch früher angefangen, egal wer das war. Sie war also 19, 20 Jahre alt und dann hat sie sich mit Männern von 55, 60 eingelassen. Ich war dann arbeitend, die kamen dann daher, weil Getränke verkauft waren. Und dann hatte ich am Anfang nie gedacht, die lässt sich nicht mit so Leuten ein. Weil sie hat schon früher den Ruf gehabt im Ort, wo sie her war. Ja, also das ist alles ganz schlimm. Aber lass uns nicht so lange über die Vergangenheit reden, weil die ist nicht mehr zu verändern. Hast du, wie viele Kinder? Du hast vier Kinder, sagst du. Ja, ja. Hast du zu denen ein gutes Verhältnis? Teils, teils. Die haben natürlich das mitbekommen von der Ältere. Da ist natürlich auch nicht das Verhältnis wie sonst eine Familie da. Na, ich wollte mal da hinaus, ich weiß nicht, ob du mit einem von deinen Kindern sehr offen auch über diese Thematik sprechen kannst. Höchstens mit dem älsten Sohn, der ist 29. So, was meint der denn, wenn du mit dem drüber sprichst? Hast du schon mal mit dem gesprochen? Ja, der ist auch ruhig. Also der sagt ja gut, wenn du, wie die jetzt weg war, die war also ein Vierteljahr weg. Und die wollte nicht bei ihrer Ältere. Ich wollte sie ja weg. Und dann hat sie bei meiner Ältere gefahren. Und meine Eltern sind auch pflegebedürftig. Sie sind über 80 Jahre alt. Und die haben gesagt, sie kann kommen. Und da hat sie die so bewölten die ganze Zeit. Und dann vor dem Jahr in Ostern kam sie einfach heim. Sagt sie, ich lasse mich nicht mehr weg ein Jahr von dir. Und da habe ich, ich habe ihr immer gesagt, wenn du darfst heimkommen, wenn du dich änderst, wenn du offen, frei mit mir reden tust, wenn du mich nicht mehr belügst. Aber es wird wahrscheinlich so nicht, mit dem Appell wird das nicht funktionieren. Nein. Wenn die das seit 30 Jahren macht, dann macht die das jetzt auch weiter. Nein, sie war auch schon drei Monate Therapie bei Therapeuten gewesen. Das hat auch nichts gebracht. Weißt du, Klaus, das ist wirklich so eine schwierige Problematik, dass es da nicht jetzt so einen klugen Ratschlag gibt, um dir zu sagen, mach das mal jetzt so. So, ich möchte gerne, dass wir im Hintergrund in Ruhe noch weiter mit dir sprechen, weil wir ja schon eine ziemlich lange Zeit hier auf dem Sender gesprochen haben. Ja, ja. Wir machen es so, du legst auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Das ist echt. Und dann, wenn man mehr Zeit hat, kann man vielleicht noch mehrere Dinge so hin und her überlegen. Ich glaube, letztendlich wird es auf ihn auslaufen, dass du eine Haltung entwickeln musst, dass es dir egal ist, weil du wirst sie nicht loskriegen und du wirst sie nicht mehr verändern nach so vielen Jahren. Nein, nein. Es hat so in mir gefressen, dass ich mich stets irgendwo abgelenkt habe. Ich habe irgendwas gemacht vom Computer gesessen oder irgendein Hobby nachgegangen, nur damit ich nicht an die Sache denken muss, die Lache, wo ich drin war. Ja, ja, furchtbar. Und wenn man dann in einem kleinen Ort wohnt, ist das natürlich ganz schrecklich. Es war am Anfang dann die pflegebedürfige Tante da. Da war ja auch die Kinder noch klein. Da ging es nicht. Und jetzt geht es wieder rum. So, Klaus, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich wieder an. Einverstanden? Danke. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein festes Thema. Morgen ist Donnerstag. Und morgen heißt unser Thema, in diesem Moment habe ich versagt. Vielleicht lasst mal so euer Leben Revue passieren und überlegt, ob es einen solchen vielleicht sehr, sehr gravierenden und spektakulären Moment in eurem Leben gab, von dem ihr sagt, in diesem Moment habe ich versagt. Ich habe versagt. Ich habe nicht auf die Bremse getreten und habe vielleicht einen schweren Unfall verursacht. Oder ich bin in einer Situation, wo ich hätte jemandem beistehen müssen, bin ich feige weggelaufen und habe dann die Dinge so geschehen lassen. Oder vielleicht seid ihr einfach durchgedreht und habt einen Nebenbuhler schlimm zugerichtet oder habt irgendetwas getan, was ihr dann im Nachhinein sehr, sehr und bitter bereut. Also, das Thema heißt, in diesem Moment habe ich versagt. Das sagt man ja in der Regel immer erst im Nachhinein, wenn man wieder einen klaren Kopf bekommen hat und darüber nachdenkt. Aber irgendwie haben wir ja alle so Momente, wenn wir so zurückdenken, mehr oder weniger schlimme Sachen sind da passiert. In diesem Moment habe ich versagt. Wenn ihr mir über solche Momente aus eurem Leben erzählen möchtet oder über einen ganz besonderen, gravierenden Moment, dann meldet euch morgen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Um 1 Uhr beginnt die Sendung. Und ihr könnt natürlich rund um die Uhr auch mailen unter domian.wdr.de. In diesem Moment habe ich versagt. Jetzt geht es weiter mit Klaus. Und Klaus ist 37 Jahre alt. Hallo Klaus. Guten Morgen, Domain. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Und zwar ging es um die Vorredner auch mit den Füßen. Ach, mit den Füßen. Ja, genau. Mit den Füßen, genau, genau, genau. Nun sage ich, mache ich das jetzt auch seit 5 Jahren. Du machst das seit 5 Jahren? Aber nicht jetzt tagtäglich rund um die Uhr mit den Füßen spazieren zu gehen oder zur Arbeit zu laufen. Ja, sondern? Wirklich nach der Arbeit. Ja. Und dann den Alltag mit den Füßen wirklich zu erleben. Also du kommst nach Hause. Was machst du vom Beruf? Gastronomie, Stuart. Da musst du natürlich dann mit Schuhen rumlaufen. Ja, mit Arbeitsschuhen, ja. Genau. Und du kommst dann nach Hause, runter mit den Schuhen, mit den Socken. Genau, genau. Und dann? Wo man sagt, also, ja, ordnungsgemäß nach der Arbeit halt duschen. Ja. Und dann halt die Füße pflegen. Ja. Wo ich sage so, nicht, dass ich jetzt ein Food-Fetischist bin, aber ich liebe meine Fußsohlen auch. Ja. Was heißt, wie pflegst du die denn jeden Tag? Also, die werden, äh, was, wo man sagt, so, man nimmt Nevea fürs Gesicht, so nehme ich Nevea für die Füße. Jeden Tag? Ähm, ja. Jeden Tag nach der Arbeit? Und dann, wo man, ja, ob es nun die, äh, diese Fußmassage, Flusszonen... Reflexmassage oder alles, das ist ja, ja. Genau. Wichtiges Wort. Ähm, und das mache ich dann halt, ich massiere meine Fußsohlen und so, also, ich liebe meine Unterfußsohle. Ah, weil sie eben, das ist ja auch nachweisbar, sehr viele Verbindungsstränge, Nerven in den ganzen Körper gehen und... Das, ja, also, ich sage so, gut, ich tue mir da nicht jetzt sagen, ich massiere mir das jetzt, um die Kopfschmerzen wegzubekommen. Einfach zum Wohlfühlen. Aber es, wie gesagt, jetzt gerade Kinder auch, das hatte ich so am Telefon gesagt, ähm, dass selbst Kinder, ähm, die Welt mit Füßen erleben, in dem Sinne, dass sie auch mal so über Sand laufen. Klar, natürlich. Weil die ja durch die Schuhe es verlernen, Gefühle aufzunehmen über die Füße. So, läufst du denn dann nur mit nackten Füßen in der Wohnung rum? Ähm, sagen wir ja, gut, wo man sagt, so hat man, äh, ja, natürlich in der Wohnung, aber auch draußen. Was heißt draußen? Ja, man geht den Alltag einkaufen. Ach, du gehst einkaufen mit... In den Eisbaden geht man den ersten Schnee. Ah. Also nicht jeden Tag jetzt im Winter barfuß laufen, also so hart abgesotten und das möchte ich meinen Fußsohlen auch nicht antun. Ja, weil dann werden, natürlich, wenn du viel mit denen auch rausgehst, werden die auch abgehärtet und hornig unten drunter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, wenn man, also wirklich, äh, hinten die Ferse, dann hat man ja auch, bildet man ja auch Hornhaut. Ja. Und das ist ja, wenn, ähm, wenn man neues Schuhwerk hat, dann bildet der, bildet der Fuß ja dann halt noch Hornhaut. Oder raspelst du sie runter? Also ich bin nicht jetzt, dass ich mir Spezialwerkzeug hole, um mir das runterzuraspeln. Mhm. Also wo man sagt, so es gibt, äh, Sachen, wenn man Füße eingeweicht hat und, äh, wirklich einweicht in so ein schönes, was weiß ich, ätherisches Öl, das dann auch noch schön riecht. Äh, äh, kann man das sicherlich mit, äh, mit, äh, so einem Messerrücken abschaben. Ja, gibt's ja, zu kaufen diese Dinger überall. Oder so einen Stein nehmen und seine Füße mal trittieren. So, hier sagst du, du gehst mit, äh, mit nackten Füßen auch einkaufen. Ja, natürlich. Wo einkaufen? Im Supermarkt? Ähm, es ist wie zur Kinderzeit. Also wenn, im Sommer, wenn man, wenn man in die Badenstatt gelaufen ist, dann ist man ja nur barfuß gelaufen. Das stimmt, aber im Supermarkt, äh, ist das eher nicht üblich. Nee, natürlich nicht, aber... Oder im Baumarkt. Gibt's, ähm, äh, ich sag mal, dass man irgendwie so ab 10, 11 und irgendwann muss man so erwachsen werden. Ja. Das heißt, man muss Socken tragen, man muss Schuhe tragen. Wie sind denn die Reaktionen, wenn du im Supermarkt oder in irgendeinem anderen Geschäft dann barfuß, äh, auftauchst? Naja, nur gut bin ich ja, wo, ich sag, ich, äh, ich liebe auch meine Füße, wo man sagt so, man kann so über Waden fesseln, wo man sagt so, man kann mit, wie bei einer Frau, die auf dem Laufsteg läuft, kann ich sagen, dann kann ich durchs, durchs öffene Leben gehen, also ich schäme mich nicht meiner Füße. Also die Leute gucken, sagen die nicht mal was hier, haben sie, hast du deinen Schuh vergessen, oder? Das ist, sicherlich ist es komisch, das zu sehen, weil ich auf der Arbeit das sehe, sage ich auch immer halt Gästen, dass sie, äh, Schuh wegtragen sollten, weil es kann Glas runterfallen. Ja, eben. Und, äh, dann kommt man da ganz schnell hinein. Das kann mir im Alltag auch passieren. Also keine negativen Reaktionen? Nö, nö, das nicht. Und du hast auch nicht die Angst, ich meine, das kann ja auch passieren auf dem Weg zum Supermarkt, dass du, dass du irgendwo reintrittst, das Thema hatten wir ja gerade schon. Natürlich kann das passieren, aber ich laufe ja mit offenen Augen durch die Gegend, die dich verträumt, dass man hineintritt. Das Ganze hat aber keine sexuelle Komponente bei dir? Nein, also das spielt da nicht hinein, nein, nein. Kein Fuß, Fetischist, einfach ein Fußliebhaber. Ich versiere sie gern, das ist ein sehr, sehr, man sagt ja geiles Gefühl, geil, ich hatte immer so schlechte Assoziationen in der Jugend. Da kam ich meine erste große Backpfeife und ich wusste nicht wofür, ähm, als ich das gesagt hatte von den Eltern. Ja, aber es ist ein geiles Gefühl halt in dem Sinne, diese Fußsohlen zu marschieren, damit spazieren zu gehen, auf Pflasterstein, auf Sand, wo man sagt so, wenn die Sonne drauf knallt, dass das Pflaster auch heiß werden kann. Und sogar im Schnee. Und im Schnee, zum Beispiel im ersten Schnee, das ist wirklich toll. Ja, also, interessant, ich bin gespannt, wer noch alles anruft zu dieser Thematik. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Äußerung, Klaus. Und alles Gute wünsche ich dir. Auch so, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, meldet euch. Oder natürlich auch sehr gerne zu unserem heute zufällig kreierten Thema der nackten Füße. Ich würde gerne mit Leuten sprechen, die sehr viel barfuß durch die Welt laufen, durchs Leben laufen. Die vielleicht mehr barfuß sind als beschuht und Schubo gar nicht so sehr mögen. Das kann eine sexuelle Komponente haben. Es kann aber auch genauso sein, wie der Klaus es gerade beschrieben hat, dass er einfach das schön findet und angenehm und auch ein Fußliebhaber und ein Ästhet in Sachen Füße ist. So, Elke ist hier und Elke ist 51, 52. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo Elke, guten Morgen. Ich grüße dich. Ich habe jetzt zwar nichts mit dem Thema Füßen, sondern ich habe mit dem vorherigen, und du hattest schon mehrere, mit dem Thema Krebs und Sexualität. Ah ja, ah ja. So, und es ist also so, ich bin eine Getroffene, ich bin nicht betroffen. Mein Mann leidet an Non-Hodgkin. Das ist ein Krebs der Lymphdrüsen, ja. Der Lymphdrüsen und hat also auch hammerharte Chemo vor zwei Jahren schon gehabt und das Sexualleben ist also gleich null. Seit jetzt zwei Jahren schon. Ja, ich sag mal so einmal im Jahr. Ja, weil er keine Lust mehr hat oder weil er keine Erektion mehr schafft? Keine Ahnung. Das ist ja jetzt die Sache, wo ich gerade, oder weswegen ich einhaken möchte, was die Herren eben gesagt haben. Die Frauen suchen sich jemand anderes Gen fremd. Vielleicht ist das auch mal eine Komponente, dass man darüber nachdenkt, warum geht die Frau in Anführungsstriche fremd. Und jetzt, ich rede jetzt nicht von mir, aber jetzt ganz allgemein gesehen, es ist irgendwo, man zieht sich also in diesen Schmerz rein und die Männer ziehen sich in diesen Schmerz zurück. Und meinen also, es muss also alles akzeptiert werden, man macht ja auch alles als Frau, man gibt wirklich alles dafür, dass der Mann also gesund ist. Und in dem Moment tritt eigentlich, denke ich, in meinen Augen der Sex zurück. Aber irgendwann, wenn diese ganzen Behandlungen abgeschlossen sind, muss doch irgendwo auch wieder so ein bisschen, ja, Gefühl. So, dann lass uns mal ganz einfach über dich und deinen Mann reden. Sind die Behandlungen jetzt abgeschlossen? Die sind abgeschlossen, ja. Und es kommt kein Gefühl auf? Nein. Redet ihr darüber? Ist das ein offenes Thema? Ja, natürlich, natürlich. Wie erklärt er es dir? Erklärt er dir denn? Er kann es mir nicht erklären. Also Eck hier am Anfang hat ja gesagt, dass er so mental vom Gefühl ja sehr, sehr großes Interesse an Sexualität hat, dass es aber eben organisch noch nicht so funktioniert. Wie ist denn das bei deinem Mann? Nein, also im Moment, ich sag mal, im Vordergrund, die Krankheit, steht dieses Gefühl zurück. Und ich denke mal, dass bei ganz, ganz vielen Leuten das ist. Also er hat kein Interesse an, er denkt auch nicht an Sexualität. Er hat kein Interesse dran. Ja, ich sag mal ganz einfach, nein. Und ich denke jetzt nicht mal nur von ihm abgesehen. Und ich glaube, dass also bei ganz vielen das so ist, dass die sagen, es geht mir jetzt erstmal, ich hab das alles überstanden, sei es jetzt Chemo, sei es Chemo. Ich hab es alles überstanden. Und bitte, lasst mich jetzt einfach mal in Ruhe. Vielleicht. Wobei man das nicht verallgemeinern kann. Da ist sicher jeder von anders. Aber du weißt jetzt von deinem Mann das nicht ganz konkret, ob er einfach nur keine Lust hat. Nein, ich denke mal, dass das irgendwann nicht, ja, nein, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich denke mal, es wird nicht gehen, aufgrund dieser ganzen... Ich höre daraus, dass ihr nicht richtig drüber sprecht. Es könnte ja sein, dass ihr dir sagt, pass mal auf, liebe Elke, ich bin innerlich raderdoll, aber ich kann nicht. Ich kriege keinen hoch. So könnte es ja sein. Nee, das glaube ich nicht. Das ist nicht der Fall. Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Wärst du denn, wäre das für dich eine Lösung, in Anführungszeichen, oder auch nicht, in Anführungszeichen, wenn du von ihm so einen Freibrief bekämst... Nein, in ganzer Weise. Nein, meinst du jetzt? Nein, nein, in ganzer Weise. Das heißt, du hast dich dann auch jetzt damit arrangiert? Ja. Wohl oder übel, muss man dann sagen. Natürlich, natürlich. Denn ich denke immer, wenn ich, nicht ich, sondern auch der andere Partner von Krankheit, ganz abgesehen, wenn ich also das Bedürfnis habe, dass es also nicht mehr reicht und ich gehe fremd und ich da keinen mit verletze und das für mich arrangieren kann, ist das okay. Aber das ist also für mich überhaupt kein Thema. Würde er das dann... Nein, überhaupt kein Thema. Er würde auch nicht mehr. Weder aus Krankheit noch aus sonst irgendwelchen. Im Moment jedenfalls nicht. Ja. Also man kann sich da, ich sage mal, man kann sich da niemals von freisch machen. Wie alt ist dein Mann eigentlich? 58. 58. Nun könnte es ja sein. Ich meine, das ist eine schwere Erkrankung, diese Hodgkin-Erkrankung. Ja. Wenn er jetzt seit... Er war akut richtig erkrankt, wie viele Jahre? Drei. Drei Jahre. Und das Ganze liegt jetzt zwei Jahre zurück. Ja. Ja. Ich kann es nicht einschätzen, wie lange man, wie lange das eine Nachwirkung hat. Er hat wahrscheinlich... Also wie lange eine Nachwirkung anhält, bis man sich dann wieder vielleicht so richtig berappelt. Hat er sich denn mit seinen Ärzten mal so unterhalten? Ja, ich glaube, vielleicht habe ich mich jetzt auch falsch ausgedrückt. Ich meine jetzt generell, nicht jetzt nur in unserer Beziehung, generell, dass es bei irgendeiner Krebserkrankung, ob das jetzt wie die Herren vorher hatten, mit dieser Prostatasache oder mit der Darmsache, dass da irgendwo so eine kleine Hemmschwelle vielleicht besteht. Wie meinst du das? Denke ich jetzt mal. Ja, vom Kopf her. Ich sage es mal ganz einfach. Dass sie, ja... Ja, deswegen finde ich es so wichtig. Ich meine, wir können... Ich will jetzt nicht sagen, dass die sind sich nichts mehr wert, aber irgendwo... Lass uns nicht so allgemein reden über so die allgemeinen Fälle der Krebserkrankung. Das kann man gar nicht. Hast du denn den Eindruck, dass die Hemmschwelle bei deinem Mann da ist? Nein, das denke ich nicht. Das denkst du nicht? Nein, das denke ich nicht. Er hat also von Anfang an mit jedem darüber gesprochen. Hat er denn mit seinen Ärzten, das war gerade meine Frage, hat er mit seinen Ärzten darüber gesprochen, wie das so ist, ob die Libido wiederkommen könnte? Ja, nur das wird eben dauern. Das wird also eben dauern, weil es also hammerhart ist und es wird also dauern. Das kann also zwei Jahre sein, das kann auch drei Jahre sein. Also, dann kann man ja... Ich meine, erstmal ist ja eine sehr gute Nachricht, dass der Krebs im Moment im Griff ist. Toi, toi. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Das ist natürlich erstmal das Aller-, Aller-, Allerwichtigste. Ja, natürlich. Dann kann man, wollen wir erstmal gemeinsam hoffen, dass das so weiterbleibt. Ja, das denke ich auch. Diese Angst, dass er wiederkommen könnte, kann natürlich auch auf die Lust niederschlagen, weil da tickt jeder Mensch ja auch anders. Ja, aber ich denke mal, in dem Moment steht aber die Lust auch zurück. Genau, genau. Die Gesundheit ist ja das Wichtigste. Natürlich, genau, ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber was für mich erstmal wichtig ist, um das diesen anderen beiden Herren da zu sagen, ich denke mal, irgendwann kommt das auch wieder. Ja, meinen Vorrednern davon. Also, da sollte man sich jetzt nicht... Wir wünschen deinem Mann, dass er auf jeden Fall den Krebs los ist. Das wünschen wir erstmal in allererster Linie. Das wünschen wir eigentlich allen. Und dann wünschen wir euch beiden, und ich besonders wünsche es dir auch, dass sich dieses Ganze wieder einpendelt irgendwie und dass ihr dann doch wieder zu einer gewissen Form der Erotik und der Sexualität findet, was ja eine schöne Sache wäre. Irgendwann wird das mit Sicherheit kommen. Ja, es ist also für allen dann Mut zu machen. Die sollen nicht also gleich die Flinte ins Kopf werfen und dann so, ich sag mal, jetzt ans Fremdgehen denken. Ja, okay. Aber es kann zwei, drei Jahre dauern. Natürlich, aber das kann man nicht verallgemein. Nein, das kann man nicht verallgemein. Liebe Elke, ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen gute, gute und liebe Gesundheit für alles Liebe deinem Mann. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao. Saskia ist hier. Saskia ist 37. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Saskia. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema sind auch Füße. Ah. Ich lebe in einer Dreierbeziehung, das heißt, ich lebe mit zwei Männern zusammen. Wir führen eine Beziehung, die wissen auch voneinander. Also wir wohnen gemeinsam in einem Haus. In einem Haus oder in einer Wohnung? Ja, in einem Haus, in einer Wohnung. In einer, genau. Wir wohnen alle drei zusammen in einer Wohnung? Alle zu dritt, genau. Wie lange schon? Anderthalb Jahre. Ja. Und wir sind auch Fusch-Physikisten. Alle drei? Alle drei sind wir, genau. Was ist das für eine Beziehung? Ist das, die beiden Männer haben eine Beziehung mit dir oder habt ihr alle miteinander eine Beziehung? Alle miteinander eine Beziehung. Das heißt, die Männer sind auch bisexuell? Die sind auch bisexuell, genau. Ja. Und im Moment ist es aber sehr unharmonisch. Also es geht jetzt seit anderthalb Jahren und seit ungefähr zwei, drei Monaten ist es sehr unharmonisch, weil es immer darum geht, wer die schöneren Füße hat. Die Männer sind auch an sich zu streiten, ja. Und der Torben, der Mann, mit dem ich auch zuerst liiert war, ist gerade gekündigt worden, ist rausgeflogen bei seiner Arbeit, weil er sehr oft Barfuß zur Arbeit kommt. Mir ist das auch schon mal passiert. Ja. Es ist auch so, dass er sich jetzt sehr stark verschuldet hat, weil er also nicht nur Füße liebt, sondern auch alles, was damit zu tun hat. Das heißt, Turnschuhe kauft, bis der Arzt kommt. Aber ihr seid... Ja, wir haben wirklich Probleme deshalb. Wir haben ja auch eine gemeinsame Haushaltskasse. Ihr drei seid Fußfetischisten. Ja. Habt ihr euch deshalb oder so auch gefunden? Ja, wir haben uns auch so gefunden. Wir haben uns im Internet gefunden, auf speziellen Seiten. Ja. Und haben uns getroffen, einfach erst mal ganz locker, um uns kennenzulernen, uns auszutauschen, haben dann gemerkt, es funkt. Ist das so eine... Dann daraus eine wirkliche Liebesbeziehung entstanden zwischen euch dreien? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich definitiv sagen. Ist ja sehr ungewöhnlich, ne? Ja. Erst mal so diese Dreierkonstellation ist immer schon ungewöhnlich und dann auf der Basis der... Also mit dem Martin, das muss ich nur kurz sagen, Martin und Tom, mit dem Martin bin ich jetzt auch verheiratet seit einem Jahr. Ach so. Wie, seit einem... Du kennst ihn auch erst seit anderthalb Jahren? Ich kenne ihn erst seit anderthalb Jahren. Und bist seit einem Jahr schon verheiratet mit ihm? Ich habe so gefunkt und wir haben gesagt, jetzt oder nie und haben das getan. Aber wie ist denn das möglich? Da sind drei Leute zusammen und zwei sind verheiratet. Gibt es denn da nicht irgendwie Konkurrenzdenken oder Spannungen? Nee, also in Bezug auf die Liebe oder die Person an sich gibt es überhaupt kein Konkurrenzdenken, aber in Bezug auf die Füße. Stopp, lass mich mal fragen. Wieso hast du dann so schnell geheiratet? Vor allen Dingen, wo du in einer Dreierbeziehung bist. Warum? Ja, weil mir so eine gewisse Konstante schon wichtig ist. Und weil es vor allen Dingen auch wichtig ist, in so einer Konstellation zu wissen, wer wirklich dann auch so das Oberhaupt ist. Das heißt also, Martin bestimmt dann auch sehr vieles. Ach, Martin ist der Rudelführer. Genau, sozusagen. So, jetzt mit den Füßen. Lass uns über die Füße reden. Ja, lass uns über die Füße reden. Also es ist so, dass wir drei sehr auf Füße stehen und dass wir uns gegenseitig immer die Füße massieren, streicheln, lecken. Nur wie gesagt, im Moment ist es wirklich extrem, gerade mit Torben. Er ist zum Beispiel jemand, der, wenn ich meine Füße schön mache, das heißt die Fußnägel schneide, sie abpiele, eincreme etc., dann möchte er das immer übernehmen und er kaut dann immer an meinen Fußnägeln. Also manchmal ist es auch so, dass ich nachts aufwache und er an meinen Fußnägeln kaut. Das ist ja nicht so schönes. Und das ist mir einfach zu viel. Das ist jetzt schön. Er kaut mich wirklich ab. Andere Leute haben abgekaute Fingernägel, ich habe abgekaute Fußnägel. Dann kaut er an deinen Füßen und der andere pennt und kriegt es nicht mit, oder wie? Genau, so sieht es aus. Und das ist das Gute und dann zu viel und das bringt auch eine gewisse Spannung dann in eure Beziehung zum Beispiel. Allerdings, genau. Ja, richtig. Aber die Füße werden auch immer in eure Dreier-Sexualität mit eingebaut. Immer. Also das ist, würde ich sagen, wirklich auch so der Grundstock. Es geht immer über die Füße. Also wenn ich dann Lust habe, auch Sex und mich den anderen anzunähern, dann zeige ich immer meine Füße. Gutes Signal, wortlose Kommunikation. Man zeigt mir schnell den Fuß und dann wissen die Jungs, jetzt geht's ab. Nur es hat sich eben sehr, sehr gesteigert. Am Anfang reicht es, die bloßen Füße zu zeigen. Mittlerweile muss ich sie auch bemalen. Das heißt, es reicht nicht nur der Fuß an sich, sondern ich muss wirklich auch Gesichter draufmalen, Bilder, Blumen, Applikationen, damit das zum Teil noch reizvoll ist. Ihr seid ja ein verrückter Haufen. Wir sind verrückter Haufen. Was macht ihr so vom Beruf? Also ich bin ein Versicherungsangestellter. Ja, also ein ganz normaler Beruf. Ganz normale Berufe. Wirkst wahrscheinlich im Büro überhaupt nicht so schräg. Es geht. Also meine letzte Arbeitsstelle wurde mir gekündigt, auch aufgrund dessen, dass ich eben barfuß dort hingekommen bin. Ah. Ich bin jemand, der wirklich unglaublich gerne barfuß läuft. Für mich ist das ein sehr erotisches Erlebnis, alles über meine Fußsohlen zu spüren. Und das hast du dich getraut, ins Büro zu gehen barfuß? Ja. Die Versicherungsbranche ist ja auch eher so ein konservativer Verein. Ja, das Problem ist, das hat irgendwann auch nichts mehr mit Trauen zu tun, sondern es ist ein Bedürfnis, das man hat, dem man einfach nachgehen muss. Und da hat der Chef gesagt, also entweder Schuhe an oder raus. Dann hat der Chef gesagt, entweder die Schuhe an oder tschüss. Genau, also ich wurde dann einmal irgendwie höflich darauf hingewiesen und verwarnt und beim zweiten Mal lag dann die Kündigung auf dem Tisch. Und die Jungs gehen auch gerne viel draußen ohne Schuhe? Ja, also wenn wir zusammen sind am Wochenende oder so, dann gehen wir auch wirklich zusammen in den Supermarkt, in die Apotheke. Wir fahren auf Bus und Bahn wirklich barfuß. Wie macht das jetzt im Winter? Im Winter natürlich immer so ein bisschen verhalten, das heißt wir nehmen dann auch Schuhe mit, weil irgendwann wird es zu kalt. Aber wann immer wir können, wo immer wir können, laufen wir barfuß. Und haben zum Beispiel auch in der Diskothek, selbst wenn da Scherben liegen oder so, ich glaube, das macht ihn auch ein bisschen an. Also Diskothek fände ich äußerst heikel. Einmal wirklich wegen der Scherben und zum anderen hätte ich tierisch Angst, dass mir ständig immer auf die Füße tritt. Ja, also er mag das schon gern. Also er findet das schon auch spannend und findet das auch schon anregend. Was machen die Jungs vom Beruf? Also der eine arbeitet auf der Boorinsel. Ich möchte jetzt auch nicht genauer... Nein, nein, natürlich nicht. Ich will mir nur so ein Bild machen von euch. Ja. Und der andere arbeitet auch im Versicherungstechnikbereich. Achso. Und lebt ihr in einer Großstadt oder auf dem Land? Wir leben auf einer... Was heißt auf einer? Wir leben in einer Großstadt. Ja. Aber wir haben eine ganze Zeit lang auf dem Land gewohnt und da war es natürlich ein super Problem, weil die Leute das auch mitbekommen haben und uns sehr gemieden haben. Ja. Und so jetzt da so in der Nachbarschaft? Wie fällt es da nicht sehr auf? Ihr seid ja an sich schon ungewöhnlich in eurer Konstellation, dann auch mit den Füßen. Ja, also es fällt schon auf. Vor allen Dingen veranstalten wir auch ab und an Partys. Fußfetisch-Partys? Ja, genau. Wir haben also mittlerweile wirklich so eine, man kann schon sagen, kleine Community. Also es sind nicht viele Leute, aber so um die 10 bis 15 jedes Mal. Und das fällt natürlich schon auf, doch. Erzähl mal, ihr feiert dann Fußpartys. Wie geht denn das ab? Wir feiern Fußpartys. Was passiert auf diesem Partys? Alle kommen mit nackten Füßen? Ja, alle kommen meistens sogar vermummt. Das heißt, man möchte nicht ablenken vom Wesentlichen. Wie vermummt? Die Gesichter sind vermummt. Man ist von kurzem Fuß gekleidet, meistens in schwarz oder dunklen Kleidungsstücken. Ja, aber man kann ja nicht vermummt Auto fahren. Vermummt man sich dann kurz, bevor man... Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ich stehe da nicht unten direkt vor der Tür. Die machen das dann im Hausflur irgendwie oder so. Genau, richtig. So, und dann kommen die bei uns in die Wohnung und dann gibt es vorne einen kleinen, aperitiv. Und im Wohnzimmer geht es dann los. Und alle zeigen ihre Füße und man sucht sich seinen Partner praktisch nach den schönsten Füßen aus. Also freie Liebe. Das ist ja völlig schrecklich. Das wollen wir auch totalen. Dann sind die Leute alle maskiert quasi. Die sind nicht zu erkennen. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Nur aufgrund ihrer Füße. Nur aufgrund ihrer Füße. Und endet das dann in einer Sexorgie? Ja, das kann auch schon sein. Ja, das endet in einer Sexorgie. Und dann bleiben die Gesichter aber auch immer noch bedeckt. Die Gesichter bleiben verdeckt, genau. Also was jeder Einzelne dann in den verschiedenen Räumen macht. Aber eigentlich geht es wirklich um die Füße. Zum Teil ist es sehr nett auch zu sehen. Wird stundenlang liebkost und einfach nur gefüßelt. Müssen die Füße sauber sein oder dürfen die auch stinken? Also für mich persönlich müssen die Füße sauber sein. Aber jeder hat also seine speziellen Vorlieben. Also wie ich schon sagte, Torben zum Beispiel liebt die Füße auch bemalt. Also das ist immer unterschiedlich. Ihr führt dann ja doch ein sehr illustres Leben, muss ich sagen. Ja, wir führen ein lustres Leben. Wobei, wie gesagt, es gibt auch negative Aspekte, wie zum Beispiel die Verschuldung durch Kaufen von Schuhen, Turnschuhen primär. Also es ist ja nicht nur Fußfetischist, sondern auch nur Schuhfetischist. Genau, aber das geht ja einher. Also alles, was so mit Füßen zu tun hat. Also es gibt auch Männer, die zum Teil wirklich den Bimsteinen in den Mund nehmen und dann den Frauen die Füße abschmirgeln und so weiter. Das gibt es. Das macht man vielleicht auch bei solchen Partys? Das, ja natürlich, das macht man auf den Partys, klar. Man nimmt einen Bimsteinen in den Mund und schmirgelt die Füße der Frauen. Ja, ja. Entschuldige, wenn ich so nahe, ich frage, ich kenne sowas nicht. Ich kenne sowas nicht, deswegen frage ich auch so. Wie bist du, was habe ich gesagt, 37, ne? Ja, richtig. Wann bist du drauf gekommen, auf diesen Fetisch? Ja, also das hat sich bei mir schon ziemlich früh herauskristallisiert. Also ich muss sagen, dass mein Großvater immer sehr viel Barfuß herumgelaufen ist. Das war so der erste und einzige Mann in meinem Leben bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und das habe ich so mitgenommen. Das hat mich damals irgendwo schon sehr fasziniert. War vielleicht auch so ein Vorbild und du hast es ihm nachgemacht. Genau, genau. Und das hat mich wirklich geprägt, würde ich sagen. Ja, ja. Und dann, wann hast du angefangen, dieses dann auch so im sexuellen Sinne zu sehen und zu praktizieren? Wie alt warst du da? Ja, also ich würde sagen, das ging so dann mit knapp 18 los. Ja. Ich kann mich noch erinnern, da war ich beim Schwimmverein mit ein paar Freundinnen und ich habe deren Füße gesehen und bin einfach fast verrückt geworden. Bist du denn auch bisexuell? Jein. Also es ist sehr schwierig zu sagen, weil das Geschlechter unabhängig ist, sobald mir die Füße gefallen. Ach so. Egal was oben ist, hauptsächlich die Füße sind. Es ist völlig egal, was oben ist. Solange die Füße stimmen, dann... Das heißt, es könnte auch vielleicht ein großer Altersunterschied sein zu einem Menschen, wenn die Füße schön sind, ist es dir völlig wurscht. Also eine Freundin von mir ist Altenpflegerin und hat mich mal einen Tag mitgenommen, aus beruflichen Gründen. Ich habe es mir mal angeschaut und es gibt auch sehr viele ältere Menschen mit sehr gepflegten Füßen. Ja, definitiv. Das war sehr erotisch. Also für mich war das so, als ob ich irgendwie gerade ein Porno gucke. Liebe Saskia, wir müssen leider Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Grüßt die beiden Jungs sehr herzlich von mir und alles Gute euch und viel Spaß. So, mein Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, in diesem Moment habe ich versagt. Gibt es in eurem Leben einen Moment, vielleicht einen ganz...